Ab sofort ist diese hier angebotene Dreizimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die sanierte Etagenwohnung liegt in Leipzig. 1903 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Haus hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 105 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 993 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017